Test 1 – Hören Teil 1 Sie hören fünf Gespräche und Äußerungen. Sie hören jeden Text einmal. Zu jedem Text lösen Sie zwei Aufgaben. Wählen Sie bei jeder Aufgabe die richtige Lösung. Lesen Sie jetzt das Beispiel. Dazu haben Sie 15 Sekunden Zeit. ADAC Unfallhilfe. Was kann ich für Sie tun? Guten Tag. Ich habe eine Panne und bin auf der A8 München-Augsburg. Zehn Kilometer entfernt von der Ausfahrt Augsburg-West in Richtung Augsburg. Mein Wagen lässt sich nicht mehr bewegen und ich brauche den Abschleppdienst, denn ich habe gerade vollgetankt und auch die Batterie überprüft. Mein Kennzeichen ist BLV 3454. Ein Moment. Ich suche Sie in unserer Mitgliederdatei. Ja? Ein VW Passat? Genau. Wann könnte jemand hier sein? In circa 15 Minuten werden die Kollegen dort sein. Bitte haben Sie Geduld. Lesen Sie jetzt die Aufgaben 1 und 2. Fit und stark? Paul am Apparat? Hi. Ich hätte gerne eine Information. Bietet ihr auch Skigymnastik an? In unserem Programm gibt es einen Skigymnastikkurs. Wir warten allerdings immer bis Oktober, ob sich eine Mindestzahl von Teilnehmern einschreibt. Ich kann also im Moment noch nicht hundertprozentig bestätigen, dass der Kurs stattfindet. Aber falls du dich bei uns einschreibst, könnten wir dir notfalls auch ein persönliches Programm für Skifitness zusammenstellen. Wie hört sich das an? Also, ich weiß noch nicht. Ich will lieber in eine Gruppe. Vielen Dank für die Info. Ich melde mich nochmal. Lesen Sie jetzt die Aufgaben 3 und 4. Und nun zu unserem Kulturtipp. Wir möchten allen Liebhabern klassischer Musik eine besondere Aufführung in der großen Orangerie von Schloss Charlottenburg empfehlen. Mit feinem Gespür für die Klänge vergangener Zeiten interpretiert das Residenzorchester Meisterwerke des Barock und der Romantik. Die Musiker tragen ihre Musik in Kostümen der Zeit von Friedrich dem Großen vor. Beim Zuhören und Zuschauen fühlt man sich dadurch in ein anderes Jahrhundert versetzt. Lesen Sie jetzt die Aufgaben 5 und 6. Kann ich mir diese Bücher ausleihen? Ja, aber nur mit einem Bibliotheksausweis. Ich habe hier einen. Das ist doch nicht deiner. Oder heißt du Kevin? Nein. Kann ich denn nicht ausnahmsweise mal Bücher mit dem Bibliotheksausweis von meinem Bruder ausleihen? Er ist damit einverstanden. Bibliotheksausweise sind nicht übertragbar. Das ist nur möglich, wenn dein Bruder mit dir hierher kommt und dann auch für dich haftet. Sonst geht das nicht. Du kannst das gern in unserer Bibliotheksordnung nachlesen. Da steht es schwarz auf weiß. Okay, dann eben nicht. Lesen Sie jetzt die Aufgaben 7 und 8. Warum nuschelst du so? Ich war vorhin beim Zahnarzt und musste eine Füllung neu machen lassen. War das denn so schlimm? Nein, aber der Arzt hat mir eine Spritze in den Unterkiefer gegeben und nun ist immer noch alles taub. Oh, du Arme. Geht das nicht auch ohne Betäubung? Vielleicht, aber ich möchte eigentlich nichts spüren, wenn meine Zähne aufgebohrt werden. Spätestens nach drei Stunden ist alles wieder in Ordnung. Na ja, dann ist ja gut. Verstehen kann ich dich ja. Ja. Lesen Sie jetzt die Aufgaben 9 und 10. Ich begrüße Sie zur Prüfung im Fach linken. Vor Ihnen liegt ein Aufgabenblatt. Sie dürfen das Blatt umdrehen, sobald ich es sage. Auf dem Blatt stehen fünf Aufgaben, die alle möglichst ausführlich bearbeitet werden sollen. Insgesamt stehen Ihnen dafür 90 Minuten zur Verfügung. Natürlich ist es verboten, Hilfsmittel zu benutzen. Wenn Sie fertig sind, heben Sie bitte die Hand und drehen Sie Ihre Papiere um. Ich sammle dann die Prüfungsunterlagen ein. Die Ergebnisse werden Ihnen unter Ihrer Uni-E-Mail zugeschickt. Viel Glück! 利teinigung! Vielen Dank! Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.